Hast du dich verirrt oder willst du mein Stück Brot betteln? Ich hatte gestern einen Traum. Der führte mich in deinen Palast. Ich folgte ihm und jetzt bin ich hier. Ich soll hier eine Woche lang arbeiten und reich und glücklich werden, hieß es in meinem Traum. Ja, sicher kannst du bei mir arbeiten. Aber du wirst es nicht lange aushalten. Niemand hält es länger als eine Woche bei mir aus. Denn wenn du dich ärgerst, verlierst du all deinen Lohn. Scheint echt zu sein, ja? Gib das wieder her! Nö. Was ist das mit Verregnen und Versuch? 100 Zimmer darfst du betreten, aber eins ist verschlossen. Und das bleibt noch verschlossen. Verstanden? Ein 100 Zimmer Haus. Genau wie Hassan gesagt hat. Ein Zimmer für Mut. Ein Zimmer für Freude. Ja. Das wäre auch etwas für mich.